Hallo, in den letzten Tagen konnte man den Eindruck haben, wenn man in die Zeitungen geguckt hat und die Kommentare gehört hat, dass der großartige Sieg der SPD in Nordrhein-Westfalen nur an zwei Sachen lag, an Kraft und Currywurst. Stimmt, aber das war es eben nicht nur, das war auch eine bewusste Entscheidung der Wählerinnen und Wähler in Nordrhein-Westfalen für das, wofür die SPD in Nordrhein-Westfalen auch gestanden hat, nämlich verantwortungsvolle Haushaltspolitik, aber eben auch Investitionen, Investitionen in die Kommunen, in die jungen Menschen, in die Köpfe der jungen Menschen. Und mit diesem Paket und diesem Politikangebot hat eben Hannelore Kraft und die SPD überzeugt. Und deswegen sage ich, ja klar, Currywurst ist lecker, aber auch SPD.